gerade eben ist ein kleiner kasten angekommen nämlich genau der telematik plus sensor nennt sich das ganze wenn ich weiß was es ist ganz kurze erklärung man kann sich bzw ein auto quasi verdrahten verdrahten ist der falsche begriff überwachen lassen das heißt der kasten wird hier irgendwo montiert und überwacht dann wo ihr seid wie schnell ihr gefahren seid wie schnell ihr beschleunigt habt wie scharf ihr in die kurven gegangen seid oder gefahren seid besser und aufgrund eures fahrverhaltens könnt ihr dann bis zu 30 prozent weniger versicherungskosten sparen hier für den dacia ist mir fast egal das ist eigentlich nur technische neugier das ding mal auszuprobieren da gibt es auch eine app zu der anderen alles anzeigt beim dacia ist egal da bezahle ich irgendwie um die 200 euro versicherung da sind 30 prozent jetzt nicht so viel aber für die möhre dahinten da sind wir ungefähr bei 700 euro war wir da zwei schäden hatten und da sind 30 prozent doch schon einiges ich will mal ganz kurz gucken wie das ganze denn aussieht ich denke mal das ist so wie mit der dashcam das wird man sich wahrscheinlich hier irgendwie mit dem usb kabel verbinden können ich habe mich da ehrlich gesagt auch noch nicht darüber informiert ich muss erst mal zum doktor ich brauche eine dritte hand begleithelft okay und da ist das teilchen zum ankleben gedacht okay ja da ist ein knopf kann man irgendwie drücken da blinkt das heißt da ist auch eine aktive komponente muss ja auch sein ja aber ich sehe sonst irgendwie kein ladeanschluss kein usb anschluss und auch nichts wie man das irgendwie einfach öffnen kann um vielleicht eine batterie zu tauschen aber steht bestimmt hier in der anleitung im begleitheft also es ist ein schöner kleiner kompakter kasten sieht man ja meine hände sind schon nicht so groß und das ist trotzdem ziemlich klein da wird wahrscheinlich so eine art gps und beschleunigungs sensor drin sein ach ja und ich glaube das ganze verbindet sich eben mit der app also mit dem handy mit bluetooth dann braucht man auch nur einen fest eingebauten akku bis man so eine knopfzelle die hält er nämlich ziemlich lange aus der eigenen erfahrung mit anderen geräten und das war's okay da waren noch mehr drin aufkleber hier voraussetzung für smartphone ios oder android damit erschlägt man so ziemlich alles bluetooth 4 gps regelmäßige verbindung zum internet das handy dann wahrscheinlich das smartphone genau wir müssen die daten übertragen werden okay barcode drauf naja barcode nicht weiß das qr code einscannen und dann kommt man hoffentlich auf irgendwie eine video seite oder sowas damit man sieht wie man das einrichtet das werde ich euch jetzt aber nicht antun ich denke mal sind ja zu schwierig sein ja eigentlich wollte ich nur mal eure meinung dazu wissen was haltet ihr davon macht das sinn bei 30 prozent seine noch mehr daten freizugeben andererseits google und ähnliches meint die haben unsere daten jeder sein smartphone benutzt ist treckbar jeder denn normales handy benutzt selbst wenn sich das nur hier in den funktürmen einloggt einbucht ist treckbar nachher den wollte ich auch mal installieren ja wir sind gläsernd also ich halte davon nicht mehr viel sich irgendwie versuchen zu verstecken weil dann muss man aufgabe bargeld wird sich noch ec karten geld auf kreditkarten verzichten und wir sind sowieso gläsernd geworden inzwischen mit der technik das schadet ein gerät mehr oder weniger meiner meinung auch nicht mehr interessant wird zwar mal einen unfall hat wie sich dann die versicherung anstellt das wäre also das einzige wo ich eine herausforderung sehe ansonsten schauen wir mal ich werde euch auf dem laufenden halten beziehungsweise die leute im spring forum da gibt es meine ich schon zwei drei die haben sich das auch schon verbaut und haben ein bisschen mehr erfahrung mit auch mit diesen prozenten sammeln wenn man mal zu stark gebremst hat oder sowas aber ich werde mal meine eigene erfahrung sammeln ich bin da echt gespannt drauf also bleibt dabei abonniert gerne damit wir die 1000 endlich mal knacken oder ich damit ich mal live gehen kann und eure fragen besser zu beantworten und ja wenn ihr fragen dazu habt oder ich will einfach mal gerne eure meinung wissen gerne in die kommentare wenn ich echt gespannt wie ihr dazu steht also bis denn